Musik Wir haben einen gewissen Stamm in den letzten Jahren aufgebaut von Musikern, die gerne herkommen. Die kommen alle freiwillig, natürlich kriegt jeder eine Einladung rechtzeitig für den Freitagabend, immer den ersten Freitag im Monat. Musik Ich bin der Nordsee Josef und ich komme da zum Hirschen gerne her, weil das für die Musikanten, die nicht auf der Tühne spielen, eine riesige Chance ist, vor ein Publikum zu spielen und das ist auch ganz wichtig, dass sich die Nerven ein bisschen beruhigen. Und ich selber mache auch solche Veranstaltungen. In der Blumenwelt naht es sich auf den Heiming, mehrmals im Jahr. Musik 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 Wie bist du eigentlich zu dieser Veranstaltung gekommen? Es ist für Noberland oben ein Gasthaus wieder einmal zugemacht worden, leider Gottes und unser alter Kapellmeister hat uns das nachher ins Ohr gesetzt. Und wir haben es auch einmal in klein probiert und somit funktioniert es einem schon mehrere Jahre recht gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020